Will-Will-Will-Will-Willkommen zurück, Leute, bei eurem Shadow und es geht hier weiter in Super Luigi U Mit Fireball Sprint Und auch die Kacke, ich erwarte mal was ganz Schlimmes Alter, okay Alter 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 Und das ohne Gegentreffer Oh mein Gott Alter, wie ist das möglich? Das ist doch alle nur gesoffen, ey Oh mein Gott Ich komm mich hier durch Alter, was ist das für ein Suizid, Mensch Alter, da bist du so gearscht Unglaublich Loll, aber ich bin Erreicht weit gekommen, irgendwie Hey Fireball Sprint Ach gut, Kacke Ja, okay Und dann wieder den Treffer Alter Alter Gibt's da gar nicht Das ist echt Arsch Ohne Schleiß, ich greife zu P-Eichel Und ich möchte einfach nur das Level hier überfliegen Kann ich nicht Schade Das ist einfach nur unmöglich, das geht einfach nicht Das schaffst du nicht Das schaffst du nicht Nein Das ist einfach nur scheiße Das bringt einfach gar nichts, ey Inventals auch leer Das kommt mir vor, als welchen 10 Stunden Ohne Scheiß Das ist einfach nur furchtbar ätzend Ich weiß nicht, wer das im First Trial schafft Ich fahr zudem nach Hause Ich fahr zudem nach Hause Alter, ey, jetzt nervt sie nur noch Jetzt mal ohne Scheiß Wie, 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 wie sollte mir das gehen Wenn ich jetzt noch klein bin, ne Das ist einfach nur so krank, ey Was, bitte, soll ich da machen? Alter, ich bin da einfach durchgerasht Was muss das da tun? Durchraschen Ja, du mich auch Jetzt soll ich nur ätzend werden Ja, das ist meine zweite Aufnahme In der ersten Aufnahme habe ich nur gefällt Deswegen bin ich jetzt noch Immer noch so Akku Ihr seht's ja jetzt Live ab 5 Minuten Weil das ist einfach so Das Level ist einfach unglaublich Shigeru Miyamoto ist schwul, glaub ich Sag mir, was ich machen soll Das geht ja gar nicht Ja, ich weiß nicht, was ich sagen Ja, ich weiß nicht, was ich sagen Alter, ey Warum immer hier? Immer dort Ihres verfickte Mal Ich lass das Level einfach aus, wenn's sein muss Ich lass das Level einfach aus, wenn's sein muss Du bist doch einfach scheiße Ja Da kann nix was dafür Ich schaff's ja nicht mal Oh, boah, du bist doch ein großes sein Das geht ja irgendwie nicht Ohne Scheiß Alter, nee Es geht einfach irgendwie nicht Ich, ich kapier's nicht Scheißdreck, ey Ja, ich weiß, dass es dort hingelt Dort längs, mein Bis hier geht's ja noch, oder? Aber ab hier wird's einfach nur scheiße Also ich weiß jetzt nicht, wie lange das geht, aber wenn's wieder ein Fail wird, dann muss ich die Aufnahme wieder bänden Ist ja ganz klar Ist ja ganz klar, dass ich dir Gehraum, wo du schwul sei Ich verstehe nicht, es gibt immer einen falschen Moment bei mir Ist schon, ja, ich hab nix mehr mit Valtara Aggressivität steigt auch Jetzt mal wieder Ich demolier mein Zimmer Ich demolier mein Zimmer Das Teil kommt jetzt mal zur richtigen Zeit, wenn ich durchrenne Ja, ey, halt die Fresse Das ist einfach nur scheiße Man kann's nicht anders ausdrücken Man kann's nicht anders ausdrücken Oder ob sie das genauso beschissen machen, wie ich, ey Ernsthaft Ich schneide Bye, bye Alter Alter Du verarschst mich Ich Muss da noch groß sein Ich glaub, du hast ihn in den Kopf geschissen oder so, ey Das ist unglaublich Das ist wirklich unglaublich, mein Lieber Also ich probier's erstmal Ich weiß nicht, ob's geht, aber Ich glaub, er ist mal Was? du kannst mir alles sagen holy crap das level ist so versaut gegen alle claude kappers geht aus wenn das noch mal so scheiße ich lasse mich von dem scheiß treffen aber zum glück kann ich die gegner so ganz chillig killen okay bis jetzt geht alles ganz wunderbar egal welches die neue ok los 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 alter nein alter muss ich fahren schlange alte ok das ist das war das was ich bestreue deswegen viel schwieriger nein 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 ich halte mal das ist das schlige dreck hier alter im possible pendeln das kommt gleich wieder gerade so die leute ich bin doch groß ok da kann sind das erste war nicht so dreist aber ich sag noch nichts dann muss man wirklich verdammt schnell sein wie ich vorhin das gemacht habe das war wirklich strange ja kaum jetzt schaffen wir es ich sollte einfach mal ein bisschen warten eine runde weil es uns dauerhaft hier fällen würde das schafft sie nicht kann muss immer warten ja wie viele kommen von da wie viele pendeln sind da aber das level war schon erst echter als der legt mehr ja so muss man das machen dahin warum ich schalte es einfach mal auf die roten da oben ok das war fail von mir gerade und das noch höher da war bestimmt was ah ne ok nein ach scheiße da kommen ja auch noch ach ich bin so blöd da das glaube ich das glaube ich dir gerne alter sagen wir nix sag mir nix mein lieber mein lieber schalte du so geht es eigentlich am besten wenn ich das mache das ist ja nein luft holen luft holen stelle das wäre machbar ich lasse es einfach jetzt kommt diese schose hier alter leck mir mars leck mir mars ich hab alles da und es ist finito das wird ein längerer part und ich werde das level jetzt auch noch machen wusste das jetzt kommt und wie das wird ich habe keine ahnung entweder brutalsführer kindisch jetzt geht es noch darum alles da kannst du wenden und dies level heißt flying squirrelle hoffentlich ich habe es geht ab hier Das ist ein T-Level. Alter! Ach so, ich muss fliegen. Starcoin! Das finde ich jetzt geil, irgendwie. Das ist ein T-Level. Vorsichtig. Alter. Komm her. Riesiger. Ach, Petri. Röre. Okay. Das war ein T-Level. Danke. Warte, warte mal, warte mal. Peace. Okay. Kann ich alles machen. Puh. Doch noch, ey. Du hast es geschafft. Oh, wer hat mir die Zeit ausgegangen. Oh, mein Gott. Oh, das war so übel gewesen. Wir haben alle 5 Sterne. Yes. Alle Starcoins. Und... Ihr wisst ja, Mobzy. Den mache ich jetzt nicht. Habe ich wirklich keinen Bock. Ich danke, dass ihr dabei wart für dieses LP. Und das war doch wirklich sehr umfangreich. Und... Ja. Oft gefällt. Das sagen wir noch. Ciao. Meiner Shadow. Wir sehen uns in den nächsten Projekten.